Willkommen zurück. Wir spielen heute Minecraft. Ja, ich mache jetzt ein Minecraft-Projekt. Dieses Minecraft-Projekt nennt sich Minecraft Survival. Ja. Versuchen wir einfach hier Survival zu überleben. Ich hoffe, wir schaffen es. Mal direkt auf 3, 2, 1, und 3. Wow, warum ist die Völkunde? Ich habe die Leidung. Auch ein Ding an mir, um mich zu befassen. So. Das letzte Mal habe ich hier bei Amissary und Elkos gespielt. Das ist richtig. So weit. Wir bauen jetzt hier Steine ab, um uns an den Steinschwert noch mal Steinschwert zu brauchen. Und oben. Mal schauen, wie lange dieses Projekt ist. Also das ist das Ziel. Dieses Projekt ist einfach nur hineingedrochen. Mehr ist eigentlich nicht. So. Das reicht schon. 25. Geile geht auf. Genau auf. Und dann brauchen wir jetzt einmal Steinschwert. Einmal ohne Steine zu machen. 1. 2. 2. 3. 6. So, dann bauen wir diese ab. Und dann sehen wir noch die Zwiebeln. Das reicht jetzt dann erstmal. Die schnappen wir uns unter die Werkbank. Dann packen wir den Ofen rein und packen ihn aus. Dann haben wir jetzt einen Räucherofen. Und dann geht's jetzt erstmal los. Boah, wenn's da tiefer runtergegangen wird, dann wird die Crew jetzt... Und ich bin hier in Minecraft zu einer, der immer so ein mega ordentliches Inventar haben muss. Ah, dann spiel ich weiter. Und dann... Sobald wir das wieder haben. Und dann können wir das wiederholen. Und dann geht's. Ich hab jetzt... Schwarze Wolle... Schwarze Wolle bringt hier die Hände zu mir jetzt... So gehen wir jetzt einfach mal runter und kommen wir die Wolle zum Baum... Ich mache hier mal den Ofen aus, Birke und dann bereite ich mal das Essen. So. Und nun... Ich glaube ich unbedingt jetzt erst mal essen. Willkommen? Das holen wir uns jetzt. Können wir uns auch verdienen. Also dieser Part würde hauptsächlich daraus bestehen, einfach nur Essen sammeln. Im nächsten Part sammeln wir dann Eisen und so. Soll ja auch ein bisschen länger werden, das Projekt. Darum teile ich mir das schon ganz gut auf. Wenn ihr weiter Minecraft Videos haben wollt, dann könnt ihr dieses Video liken. Habe ich ja schon gesorgt und ich habe jetzt leider noch einen Optifine. Aber was ist das da? Sieht sehr lecker aus, aber da schauen wir dann erst im nächsten Part hin. Ja. Ich gehe jetzt nochmal zu den Schweinis. So. Die Eschwein hier noch. Plus noch die da oben. Und schnell gehen wir jetzt hin. Und dieses Projekt wird außer am Ende und am Anfang nicht gecuttet. Also ich schnappe einfach nicht Quatsch erzähle. Außer der Quatsch würde zu viel dann schnell stehen. Boah. Ich habe schon ganz schön viel Essen. Ja. Komm den Enderman. Der schmerzt mich jetzt sowas von. Das könnte. Na wangst. Das könnte jetzt das Ende sein. Du mir. Komm lassen wir den einfach den Enderman. Lassen wir den einfach. Bissl. Hier sind noch Mini. Chickies. Hier sind Chickens. Ein Chicken. Zwei Chicken. So. Und dann. Das waren jetzt glaube ich alle Chickens, oder? Ja. Viel Chicken. Ja. Und die. Und die. Und bei diesem Projekt wird die Videos werden wirklich gut sein. Und jetzt hat ein Daraus. Da gibt es mehr Videos. Und es macht ja Spaß wenn es mehr ist. Täglich kommen jetzt so ein Video von diesem Projekt. Wenn das Projekt beendet ist kommen auch wieder andere Videos. Und das war das Einzige was ich gesehen habe. Es wäre jetzt echt schade wenn das das Einzige ist. Dann würde ich sagen war es das mit dem Video. Ja täglich kommt jetzt ein neues Video von diesem Projekt. Wenn das Projekt vorbei ist gibt es mehr Videos. Äh gibt es wieder andere Videos. Ja dann. Aber nie vergessen. Glocke aktiv damit nicht mehr zu verpassen. Und wenn ihr euch die Videos gefallen habt. Und wenn ihr noch mehr von denen machen sollt. Liked das Video. Dann habt noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao.